Schlaf, mein Kindchen, schlaf ein, der R-Wert liegt bei 1.3. Falls er heut Nacht nochmal steigt, dann weck ich dich und sag Bescheid. Ja, dann weck ich dich und sag Bescheid. In deinem Bett bist du sicher vor Viren, ja, ich versprech dir, hier kann nix passieren. Außer ein Einbrecher kommt heute Nacht ohne Mundschutz und mit hoher Virenlast. Ein Restrisiko nimmt man immer in Kauf, aber Einbrecher lassen die Masken meist auf. Also schlaf, mein Kindchen, ich weiß, die 7-Tage-Inzidenz ist zum Schrein. Und falls sie heut Nacht nochmal steigt, dann weck ich dich und sag Bescheid. Ja, dann weck ich dich und sag Bescheid. Du bist noch so klein und ich setze darauf, wenn du krank wirst, dann wird's nur ein milder Verlauf. Jetzt denk an was Schönes, zum Beispiel Herrn Streeck, das mach ich auch heimlich, wenn ich mich hinleg. Also schlaf, mein Kindchen, schlaf ein, der Brennpunkt ist gleich schon vorbei. Und Lauterbach sitzt noch von gestern bei Lanz, als der Vorspann läuft, zieht er sich schnell noch was an. Also schlaf, mein Kindchen, schlaf ein, der R-Wert liegt bei 1.4.